Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Sue hat einfach die Möglichkeit, heute Abend mit ihr ungestört zu reden. Und sie schläft auch da. Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich weiß, dass man damit rechnen muss. Aber ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Komm. Boah, es tut mir so leid. Weißt du, wenn sie vorher am Strand bei mir hier im Arm liegt und dann heute haben, also... Wie soll man denn damit klarkommen? Und dann muss man sich auch trotzdem für die anderen freuen, weil man befreundet ist. Wie verarbeitet man das? Das ist auch ganz normal, dass man sich nicht freut. Ich glaube, es freut sich keiner darüber. Also Miri ist ja schon in Love. Und ja, Miri ist da auf jeden Fall die von denen, die da, glaube ich, am meisten Gefühle drin hat. Du kannst nicht jemanden zwingen, ob er sich in dich verliebt oder nicht. Entweder tut er das oder tut er das nicht. Du musst einfach nur gucken, ob es sich lohnt, sich für diese Person verletzen zu lassen. Und darauf kommt es an. Aber nach heute Abend mit Lu auf jeden Fall. Ich lebe es einfach nur. Klar habe ich Sorge, dass die sich heute näher kommen. Die werden sicherlich kuscheln und... Oh Mann, das ärgert mich so. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. I love apple. Ich liebe dich. Ich liebe dich.